Die scheinige Platte erreicht man von Interlachen nach Wilderswil, einer kurzen Fahrt und dann geht es auf das Band, das schon mehr als 125-jährig ist, was man in Suche bringt auf die scheinige Platte. Im Alpengarten wachsen Schweizer Alpenpflanzen in der natürlichen Umgebung, also Gesellschaften, die auf dieser Häche vorkommen. Wir haben mittlerweile etwa 750 Arten und von 900, was theoretisch möglich wäre. Eine meiner Lieblingspflanzen ist die Tarnika, die in Richtung der Bergsonne einen anlacht, eine aller Weltseilpflanze. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020